Können die das nicht so aufteilen, jetzt sind es zwei wenige, aber da könntest du doch jetzt einen von uns, hätten es doch rüber tun können. Ja, Tatsache. Nee, jetzt sind es vollständig. Glück gehabt. Ja, aber schau, jetzt hat es drei Spieler so schnell gefunden, warum hat es dann vorhin bei Metro keinen einzigen für uns gefunden? Das hätte ja auch entscheidend sein können. Das war mit Sicherheit ein Faktor, ja. Ich meine, in der zweiten Runde haben wir mit weniger gespielt. Ja, wir haben in der ersten Runde teilweise mit zwei weniger gespielt und in der zweiten einen. Mit anderen Worten. Beim zweiten Mal sind wir deutlich langsamer nach hinten gedrückt worden, kann man schon sagen, der hat schon wieder was gebracht. Ja, aber wenn du da dann noch einen Vierer-General oder so ins Reinsetzt oder auch einen Fünfer, ich meine, das Matchmaking hätte es erlaubt, dass da noch ein Fünfer-General mit rein kann. Ja, ja. Dann hätte ich die Sache ja auch ganz anders ausgeschaut, wahrscheinlich. Da kommen gar keine von denen. Jetzt wollte ich mal schauen, ob ich einen boxen kann, aber ich möchte nicht. Ach, die haben in Axel 91 in ihrem Team. Ja, ist das drin. Der streamt auch. Aha. Shit, jetzt habe ich vergessen, den Spezial-Money rein zu packen. Ey, ey, ey. Ist, glaube ich, ein Fünfer-General. Na toll. Ja. Klasse, ey, ich freue mich. Da macht es Spaß. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. Da bin ich verschrocken, ich dachte, er auf der Brücke. Aber warum mache ich die Babbelin überhaupt an? Alle weg? Ja. War wie zu lang gewartet. Da magst du nichts. Okay. Ah, kacke, viel zu langsam, alter. War das dämlich. Gott, war das dämlich. Den habe ich gestern besser gespielt. Irgendwas hat mich auf jeden Fall getroffen. Sniper vielleicht. Das ist schon leer gescannt. Bin schon leer gescannt, ja. Absolut leer gescannt. Yay, mein erster Kill. Ich habe auch einen. Lauf doch weg, alter. Dann kommst du wieder von der Seite, weißt du? Ja, und keiner passt halt auf, ne. Und jetzt kommen sie mit Heat über die Brücke. Aber der traut sich nicht her. Kann ja nicht einer blitzen oder so. Naja, kann ich nicht. Würde ich gerne. Kann ich oder nie. Ist die bei uns? Oder was? Keine Ahnung. Ich bin oben. Ich habe keine Übersicht über den Punkt. Wow. Und? Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Irgendwo blitzt einer. Ja, aber es war ein Einzelner. Da muss, glaube ich, noch einer stehen. Ich komme jetzt mal runter. Ja, da bei meiner Magde läuft auf und ab. Haben. Oh, fuck, jetzt stehe ich ungünstig. Nein, jetzt wollte ich mich hinlegen, habe ich, habe ich jetzt die Tabelle aufgemacht. Ich habe die nämlich nebeneinander. Das ist nicht gut. Ne. Ah, da ist bestimmt einer oben auf der Brücke. Keine Ahnung. Ich habe mich unten vermaschen lassen. Ja, ich habe es gesehen. Sind sie zu fünft hier? Wo? Unten. Wo genau, weiß ich nicht. Links, schau auf unsere Seite. Der Axel. Oh, ne? Ja. Kurova. Wo denn? Puh, jetzt weiß ich es nicht mehr. Also der Stand da bei uns, wenn du jetzt in den Tunnel reinläufst, gleich. Nein, ich bin mir nicht. Ah, fuck. Der Sasa 23 ist auch schon öfter, hat auch schon öfters gegen mich gespielt. Steht der da am Eingang noch schön rum wahrscheinlich, oder? Ne, der primmelt da im Tunnel rum. Und der ist irgendwie immer durch meine Kugeln durchgemusselt. Fasti. Der hat halt drauf, ne? Ne, keine Ahnung. Wenn man mal wüsste, wo die drei von denen sind, ne? Dann könnte man auch mal mit Bubble was machen. Achtung, rechts. Jetzt wäre ich nochmal ordentlich durchgereicht, ey. Ich habe seit meinem fünf Kills am Anfang nichts mehr gemacht. Ich schüttel nicht. Ach, was? Und ich krieg nur die Vorlage, ey. Oh, ja, ich auch. Oh, eine, watsch. Ja, bei 5.1 war ich gestanden. Jetzt stehe ich bei 5.4. Oben auf der Brücke nicht. Du musst ja. Du bist ja nicht, ich schade. Wozu lecker ist der hin? Heater ist weg. Heater ist weg. Auf der Brücke haben sie mich gesnipet. Ja, den Heater hat irgendeinen erwischt. Weiß ich nicht mehr. Wir haben doch einen oben. Nice. Oh Mann, ey. Ach, gescannet werden ist doch behindert, ey. Ich komme nicht mehr nach vorne rein. Verdammt. Ich mache keine Kills mehr. 5, 6 habe ich mittlerweile. 6, 6 habe ich, aber... Ich würde gerne... Du bist ja wohl mal verdient vor mir. Das war nicht clever von mir. Oh Mann, aber das ist schlecht. 7, 7. Ist der Punkt schon wieder leer? Aber den Imba-Typen kriege ich nicht. Ey, den wirst du ja auch so schnell nicht kriegen. Oh, ich war relativ lange vorne. Ich war auch lange Erster. Komm, ich will die scheiß Eroberung haben. Ich werde sie nicht kriegen, wahrscheinlich, ne? Ja. Eroberung ist Vorlagen-Medaille. Ich habe sie gekriegt. Haste. So eine Scheiße. Blitzen den? Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall... Ich kann halt alle nur anschießen, ne? Ich habe keinen getroffen. Ich habe den einen auch nur getroffen, ne? Aber was für ein Idiot. Dann snipet mich der andere weg. Blitzen rein, aber es sind fünf Leute stehen. Was für ein Fusspfeifer. Jeden jeweils einen Fuss gedrückt, ne? Läuberes Böschchen. Fünf, sieben, fünfter. Wo ist der eine der... Wo ist der eine Ahnung? Keine Ahnung, ich bin ja tot. Ah, der liegt da. Warte mal, der liegt rechts am Eingang bei denen. Ich schmeiß mal eine Nate bei denen überhaupt am Eingang hin. 79 abgezogen. Einen habe ich. Der Heim. Nein, der kriegt mich. Scheiße, wie konnte der mich denn noch kriegen? Hinter mir war der. Es sind zwei hinter mir, äh, zu mir gerannt. Drei Schüsse habe ich ihn gedrückt. Den einen habe ich noch weggekriegt, der hinter mir war. Nein, da ist einer durchgeblitzt. Egal. Da hast du es doch. Sogar noch vorm Achsel. Ja, wahrscheinlich mehr Eroberung, oder? Nee, Vorlagen, mehr Eroberungsvorlagen. Ach, nee, guck mal. Ich habe auch gar nicht so viel... 11, 10, 8, 8. Ja, die zwei Eroberungsvorlagen sind auch noch 400 Punkte. Ja gut, dann wärst du 200 hinten, aber... Er hatte die Chance. Was spielt denn der andere, der dich nicht coolt hatte? Den du nicht coolt hast? Der Inbarer spielt das Sorg, glaube ich. Gut, dann habe ich ja doch eine Möglichkeit, bester Support zu erinnern. Blitzer kommt. Ja, wir gehen. Hab ihn einmal angebrochen. Ja, ich auch einmal. Ah, fast hätte ich noch rechtzeitig auf... Fast wäre ich noch rechtzeitig aufgestanden. Einen habe ich noch gegeben. Achso, das war der erste, ja. 56 habe ich den abgezogen. 166 habe ich den abgezogen, glaube ich. Ja, sind wir schon... Ja, gut 140 hat er. Und dann habe ich ihn kaputt gemacht. Ja. Saubehindertheit... Ah, fuck. Eroberungsvorlage, war ja klar. Saubehindertheit... Ah, Brücke. Das... Zwei Brücke. Noch einer, noch einer. Dass die... Die oben... Äh, der rechts war. Hätte den ja anschießen können, wie der auf deine Seite ist, weil er muss sich ja für eine Seite entscheiden. Richtig. Ich hatte auch darauf gehofft. Ich auch, aber der hat uns förmlich im Stich gelassen. Ähm... Der ist auch erst auf die andere Seite gerannt. Da habe ich den vergetragen. Ah, auf unsere Seite am Eingang. Jetzt geht er nach rechts. Ja, ich habe ihn getroffen, wie er in deine Richtung schon gelaufen ist. Ah, jetzt ist Alpha wieder weg. Alpha lost. Securing Alpha. Ja, Brücke. Schaut behind. Halt, halt. Alter, der fängt an zu schießen. Behind hier. Behind hier. Und oben noch einer. Zwei. Das kannst du mir echt nicht erzählen. Ist die nach oben? Ja, die ist ja nach oben. Einen habe ich erwischt. Oh, den anderen habe ich 120 abgezogen. Ja. Wieder oben. Wieder bei uns? Ja, wieder bei uns oben. What? Ich glaube, diesmal haben sie es weg. Nein, nein, nein. Hier ist keiner. Ja, dann haben sie es schon weg. Oh, jetzt werfe ich mir die Nades selber in. Nein, nein, nein. Der kriegt auch alles weg da. Ach, fuck. Keiner schaut oben. Machen sie es uns aber schwer hier. Wir machen es uns schwer. Ja, das auch. Weil es kennt einfach keiner. Ich bin die ganze Zeit leer, Kollege. Ich laufe auch die ganze Zeit an. Aber ich bin die ganze Zeit leer. Ja, aber wir haben ja mehr wie dich. Da stehen zwei an meiner Marke. Einer weg. Komm, Klocker, mach deinen Job. Eroberungsvorlage. Ich muss hier weg. Bei denen traue ich mich aber auch nicht nach vorne zu pushen. Dass ich mich, dass ich sage, ich stelle mich bei denen an Eingang oder so. Weil die holen einen echt zu schnell weg. Weil der Vorletzte, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe ja nicht, ich habe mich auf der zweiten Position behaupten. ist wieder bridge schreiben ist jetzt zumindest in chat und zack ist alpha wieder weg jetzt steht der axel aber sehr weit vorne jetzt kommt er wieder zurück habe ich ja er hat den axel habe ich irgendeiner hatte den gescannt das war ganz hilfreich keine ahnung und da brauchen wir keine drei leute auch holt ihr doch weg leute dafür glaube ich doch aus ja die nade war gut jetzt schieße ich aber auch schlecht ich bin immer noch drittletzte einfach naja ich habe 800 punkte rückstand und 4 zu 6 halt die trauen sie aber auch nicht auf unsere seite kann er sein doch da ist eine da höre ich es ließen auf weil ich dachte ich habe schon aber noch ein schuss gefehlt jetzt wo ich extra oben rum gelaufen bin ich bin immer noch auf unsere seite auf der brücke im tunnel immer noch auf unsere seite auf der brücke im tunnel die sehen mich halt von überall sind so viele so schön an gelaufen ich dachte jetzt läuft mir bestimmt einer her die vorlage doch vorlage habe ich kriegt ja trotzdem auf dem vorletzten platz runde ich habe nur eine eroberung ja ich habe eine ober um zwei vorlagen also fehlen mir zwei eroberungen ich bin 800 punkte quasi hinter dir also durch die eroberung kann ich leider nichts machen ich bin auf den ihrer seite mit dem sniper holt er mich da weg mit der weil ich 1.300 punkte in dem fünften alleine Oh nein, er blitzt. Yes, wer holt mich da noch ein Blitzer? Yes, komm in meine Bubble, komm halt in meine Bubble, du Doldi. Ja, ist doch wahr, hinter ihm steht einer, der auf ihn ballert und anstatt dass er in die Bubble reinkommt, wo er geschützt ist, stellt er sich davor hin. Ja, aber wie ist es noch drittletzte? Und anstatt dass er in die Bubble kommt und den dann da in Ruhe abschießt, versucht er ihn so abzuschießen und wird halt dann coolt. Ja, wie ärgerlich, wenn die beiden gestorben werden von meiner Neld, die beiden drauf standen. Ja, dann wär's ja nochmal drei oder vier Plätze weiter oben. Drei, glaub ich. Oder zwei. Tagesziel und Tagesaufgabe abgeschlossen. Naja, dreier General ist da, Axel. Sucht's bei dir? Müssen wir immer mit'n Kopfschauen.